Hey, Lucia! Wach auf! Ah, Hanon! Was träumst du denn schon wieder vor dich hin? Ha, ha, ha! Nicht, hä, hä, hä! Was hast du mit Kaito-kun geredet? Ich wurde eingeladen. Eingeladen zu was? Einem Date. Ah! Ha, ha, ha! Also, was willst du tun? Wegen was? Du willst ihn immer noch treffen, obwohl du eine Mermit-Prinzess bist? Oh, das erinnert mich daran. Du bist auch eine nicht wahr? Wieso hast du mir nichts gesagt? Genau deswegen gebe ich dir einen Ratschlag. Findest du es nicht komisch? Eine Mermit-Prinzess verliebt sich in einen Menschenjungen. Ich wäre gerne so le Gene. Und deswegen gebe ich dir einen Herz. Ich glaube, sie liegen sch itself mit dem Tod undizo. Ich bin mir alles in людямBS. Es Spoiler rundle malenolare, Bez euch. Und ihr VISIT! Weil du den combination mit deinem podeindaus chore Hof ist soll, wenn du mit deinemAYungsverk отпißt. Ich gebe euch die Pediat وأferen –